Guten Morgen, hallo wach. Es ist tatsächlich richtig, richtig früh. Wir haben irgendwas mit 4.30 Uhr und es ist keine senile Bettflucht, aber das hat mich jetzt wirklich interessiert, nachdem ich mir gestern Nachttag mal angeschaut habe. Ich wollte mit euch das mal so durchgehen, dass ich nicht den Index als erstes mache, sondern so wie ich das meistens mache. Ich gucke mir so ein paar von den Schwergewichten an. Das wären jetzt hier Alphabet, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, solche Geschichten. Und dann erst gehe ich auf dem Index drauf. Weil der Film sonst zu lange werden würde, und ihr wollt ja eine schnelle Information haben, gehe ich, oder vielmehr mache ich heute keinen Scheine dazu. Fangen wir mal an mit Alphabet. Alphabet hat auch heftigst verloren, hier von, ich muss den jetzt mal eine Brille wieder, von 3.018 runter auf 2.500. Das ist ja schon mal ein Wort. Ich meine, das haben viele Werte heftigst verloren. Alphabet gehört dazu. Und die haben gestern etwas Interessantes gemacht. Die sind also von ihrem Tief, sind die über die 200-Tage-Linie und sogar schon fett über die 20-Tage-Linie drüber. Ich habe als wirklich nächsten Widerstand, muss ich diese Linie mal nehmen, habe ich diese, nennen wir es mal Abrisskante. Da sind wir bei 2.800. Das ist im Moment nicht mehr so viel. Bänder gehen zusammen, ja, auch hier. Das war ein relativ gutes Signal hier. Also es war diese Kerze da, ist das obere Band runtergekommen. Wir sind hier lang, kurz, kurz. Da haben wir hier ein Bestätigungskaufsignal bekommen und sogar einen Tag vorher nochmal über den Oszillator. Also bei Alphabet gehe ich jetzt mal davon aus, dass die den Bereich 2.800 annehmen. Da müssen wir schauen, wie sie sich hier dann entwickeln. Das ist eine Frage der Geschwindigkeit. Aber das sollten Sie auf jeden Fall nochmal nehmen, hier etwas höher an diese Abrisskante. Dann darf man sich jetzt auch nicht um 20 Dollar irgendwie streiten. Gucken wir mal auf Apple. Die haben was Schönes gemacht. Apple. Die sind, hier ist auch 200-Tage-Linie, machen wir erstmal die Technik an sich, ja, auch schön verloren. Das war aber auch mal notwendig. Ich weiß nicht, wie viel 100 Milliarden Verlust es dann waren. Aber es ist halt immer noch die größte Firma der Welt. Dieser Punkt hier, wo es diesen sehr, sehr schönen Hammer gibt, das kommt vom Chart her von hier hinten. Das war im September letzten Jahres. Das ist diese Unterstützung gewesen und die haben wir hier touchiert. Das heißt, der Chart ist für mich, ohne dass ich auf die Technik schaue, ziemlich sauber. Auch hier, Bänder gehen jetzt wieder zusammen. Die haben aber eine richtig fette Gegenbewegung gemacht. Die sind weit, weit entfernt von der 200-Tage-Linie. Die ist bei 148. Die haben die 20-Tage-Linie pulverisiert. Meine Ansicht ist ja immer, wenn wir von oben vom Band einmal runtergegangen sind, dass wir dann wenigstens die 20-Tage-Linie uns wiederholen. Und da sind wir auch deutlich drüber. Von den Fibos her ist da, glaube ich, jetzt gar nichts mehr. Da ist überhaupt nichts mehr. Und die sind jetzt hier in so einer Art luftleeren Raum. Warum? Die Apple können locker hier noch diesen Bereich um die 180 sehen. 180, 182 bis zum oberen Band. Das können die sehen. Also ich finde, die sehen grundsätzlich noch ganz gut aus. Ich habe hier im Moment kein negatives Signal. Gelten schon als leicht überkauft. Aber das ist dieser Gummiband-Effekt, den wir haben bei der Stochastic. Alles hier auch noch MACD völlig in Ordnung. Darf man sich nicht beschweren. Das war wirklich so eine Art Make-or-Break-Line. Also ich finde die ganz gut, muss ich sagen. Gucken wir mal aufs Nächste. Was ist auf der Liste? Amazon. Amazonien. Da hole ich mal den Schaden ein bisschen länger her. Dieser Bereich hier. Zack. Hier da ran. Mache ich mal ein bisschen größer. Der war schon mega wichtig. Das ist also hier seit dem 22.06.2020. Immer mal runter, nochmal runter. Haben wir auch wieder verteidigt, die 2400. Das ist also eine Linie, die sollte über längere Zeit Bestand haben. Wehe, wenn es da drunter geht. Und jetzt verglichen eben die Apple. Da war die 200-Tage-Linie weit weit weg. Bei 148. Und der Kurs ist bei 174. Die Amazon haben das komplett alles auf dem Weg nach unten richtig vernichtet. Und deswegen haben die jetzt bei mir grundsätzlich ein bisschen mehr Potenzial als Risiko. Wenn ich auch hier einfach die Fibus anlege. Ich will wissen, wo ist ein Widerstandsbereich. Bis wohin können die zurücklaufen. Die haben noch nicht mal die 20-Tage-Linie. Geschweige denn das 38er-Retracement irgendwie erreicht. Also die haben für mich hier am ACD, da über die traditionelle Sichtweise, ist doch hastig. Alles in Ordnung, das ist kein Chart. Es gibt hier eine kleine Abrisskante. Da sind wir aber relativ nah. Das wird aber schon interessant werden. 2737. Das ist dieser Bereich hier. Verbindet sich dann auch mit dem 38er. Da in der Nähe ist auch die 20-Tage-Linie. Hier werden Sie mal ein bisschen stoppen oder sollten mal ein bisschen stoppen. Wenn Sie das direkt weiter rausnehmen, dann komme ich erst hier in diesen Bereich 2850. Der kommt von hier. Der kommt auch von hier hinten. Das ist also öfter gesehen. Das war immer mal so ein Extrempunkt. 2850 sind möglich. Aber zuerst glaube ich mal, dass hier dieser Bereich von 2740, der sollte mal ein bisschen für Schwierigkeiten sorgen. Was haben wir denn hier sonst noch? Alphabet haben wir, Apple haben wir, Amazon haben wir. Netflix. Ich meine, das war ja schon heftig. Das kennen die Amis gar nicht mehr. Also von so einem großen Wert, der ist da auf 25 Prozent verliert. Die haben sich halbiert von 616 runter bis 311. Der arme Kerl, der hier oben irgendwann mal was gekauft hat, weil es wird ja nie mehr fallen. Das würde mich mal interessieren, was der hier gemacht hat. Wie auch immer. Wir sind komplett durch die Bänder durchgelaufen. Hier hat auch wieder Abwärtsbewegung das entgegengesetzte Band gedreht. Das war hier. Lang, kurz, kurz. Da sind wir hier im Kaufsignal. Das ist doch hastig positiv. Also die Netflix hat noch Platz. Wenn wir mal schauen, wo liegen denn hier die Fibos. Da verbindet sich das 38er mit der 20-Tage-Linie. Also das sollte der erste Berührungspunkt sein. 426. Ob die gleich dieses Gap hier schließen? Glaube ich eigentlich nicht. Aber momentan bei diesen Börsen ist absolut alles möglich. Die müssen nur einmal sagen, dass sie eine neue Serie haben, wie zum Beispiel, was war das? Stranger Things. Das war ein riesen Erfolg. Die erste und als sie dann die zweite, die Fortsetzung bekannt gaben, dann ist das Ding ja seinerzeit explodiert. Ich glaube, das ist jetzt so drei Jahre her. Solche Geschichten, wenn die da mal wieder eine gute Story haben oder eine gute Serie, dann geht es relativ flott hoch. Also von hier aus sieht das alles in Ordnung aus. Die Gegenbewegung auf diese, dann nennen wir es mal Korrektur, ist die Gegenbewegung bisher noch völlig in Ordnung. Ich habe auch hier unten welche gekauft, eben weil ich diese Signale hier hatte, da und da. Ich habe Teile davon viel zu früh gegeben. Ich habe irgendwo gekauft bei 333 und habe bei 370, das ist hier, habe ich dann auch schon mal Teile gegeben. Aber den Rest, da muss man warten. Da kann man warten. Ich finde, die sehen grundsätzlich ganz gut aus. Sensationeller Trading Markt, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir auch ganz gut. Allerdings hier so ab 422 sollten sie zumindest mal ein bisschen einbremsen. Ich weiß, ihr mögt alle NVIDIA. Ich habe die noch nie in meinem Leben gehandelt. Deswegen gehen wir mal hier auf NVIDIA. Und auch hier, wenn ihr mal die vorangegangenen Charts mal schaut, was das für ein Unterschied ist mit der Distanz zu 200-Tage-Linie. Die haben da ziemlich gut drauf aufgesetzt. Sind auch jetzt schon wieder ordentlich gekommen. Das Tiefe bei 208, jetzt sind es schon wieder 246. Hier bei 254, 255 liegt die 20-Tage-Linie als erster Punkt. Völlig in Ordnung über das MACD, absolut in Ordnung über den Oszillator. Das kann sie nehmen. Auch mal hier geschaut. Wo sind denn hier die Fibos? Das verbindet sich hier. So eine 260 ist ein bisschen oberhalb der 20-Tage-Linie. Aber auch hier, die haben noch nicht mal das 38er-Retracement gesehen. Die haben durchaus Platz. Also, ich kann mir eine 277 relativ kurzfristig vorstellen. Ich möchte hier nicht zur allgemeinen Hosse ausrufen. Das möchte ich nicht. Aber diese Bewegung war so heftig, dass die Gegenbewegung genauso heftig laufen kann. So, und jetzt habe ich so einen Einblick auf die einzelnen Aktien. Die sehen eigentlich alle recht gut aus. Jetzt gucke ich mir den Index an. Und der sieht nämlich ganz anders aus. Der Nasdaq. Hier habe ich schon so ein paar Linien gezogen. Nur mal, dass ihr das hier seht. Wo kommt denn die her? Ja, genau. Das war diese Unterstützung, die wir hier hatten. Bei 14.347. Das haben wir mal richtig schön untergesetzt. Das war, wann war denn das? Das war hier im Oktober letzten Jahres. Auch hier. Bänder drehen. Ja, Abweilsbewegung. Bänder drehen. Da sind wir ungefähr hier an dem Tag. Das war der 25.1. Lang, kurz, kurz. Positiv. Dreht hier. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie diese beiden miteinander divergieren. Ich behaupte ja immer, dass die traditionelle Sichtweise zu langsam ist. Ich gucke hier fast nicht auf diese Linien. Ich will mal wissen, wo sie sind, aber das war es. Das ist besser. Lang, kurz, kurz. Spätestens hier an dem Tag gab es ein Signal. Das heißt, wir sind dann irgendwo hier bei 14.150. Erst Tage später, und zwar gestern, gibt es ein Kaufsignal über die traditionelle Sichtweise. Und da sind wir doch schon mal ganz grob 700 Punkte höher. Das Ding ist zu langsam. Vor allen Dingen, oder was ich mag, ist, wenn wir hier in Lang, kurz, kurz, und dann, jetzt muss ich schauen, hier, guck mal unten auf die Stochastik. Das hat sich wunderbar miteinander verbunden hier an dem Tag. Wer es hier nicht haben wollte, was verstehen kann, am nächsten Tag hat er auf jeden Fall die Chance bekommen. Und da sind wir auch ganz grob bei 14.100. Diese Verbindung von den beiden, und zwar von der modernen Sichtweise und von der Slow Stochastik, wenn das zusammenläuft, ist das meistens ein ziemlich guter Garant. Was haben wir jetzt gemacht? Wir sind genau bis zur 20-Tage-Linie, bis zur 200-Tage-Linie, wir liegen ganz knapp unter der 20-Tage-Linie. Einmal das Bann, von oben nach unten durchlaufen, Korrektur bis dahin. Kurz danach, 15.157 ist die 50% Korrektur von dem hier. Also, ich behaupte, auch mit dem Wissen jetzt, wie sich die einzelnen Aktien bewegen sollten, oder was sie noch für Chancen haben, der wird sich, der Nasdaq selbst, wird sich hier in diesem Bereich zwischen, was haben wir hier, 15.043 und 15.157, da sollte der sich mal ein bisschen einbremsen. Aber dann wird es erst richtig spannend. War das, was ich behaupte, waren das wirklich echte Verkäufe, also Bestandsreduzierung, oder war es Zockerei? Was ich nicht glaube. Auf jeden Fall, das ist eine Marke, mit der muss man sich mal überlegen, wie verhält sich da der Index. Wenn der jetzt zwei, drei Tage ein bisschen seitwärts geht, oder hier so oszilliert hier rum, dann gilt das hier schon wieder als recht hoch. Gibt da noch kein Verkaufsignal, aber es gilt als hoch, und dadurch bremst es. Also ich denke, der Index selbst, der hat vielleicht noch 150, 200 Punkte Platz. Die Einzelwerte haben teilweise mehr Platz. Ich bin, das ist kein Markt zum Shortgehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwo hier hochgehen und dann sofort wieder runter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. Stimmt die Bewegung oder stimmt sie nicht? Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.